... Timer auf 15 Minuten. Okay, 15 Minuten. Los geht's. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 22. Folge Last Team Standing. Ich joine auf den Server und es gibt nichts Neues außer laute Sounds. Ne, genau. Das Wetter muss ich runter machen und nicht meine anderen Sounds. So Leute, und zwar, wir haben ja letztes Mal diese Sachen gefunden, wie diese Bücher hier zum Beispiel, diese Schärfeschwerte, die Diamantspitzhacke. Ja, dann haben wir quasi einen Chef hier in diesem Projekt. Ähm, das ist ja LavaLP, ähm, der meinte, ich muss die Sachen löschen. Ähm, auslöschen, warum auch immer. Ähm, fragt mich nicht. Ihr könnt ja gerne mal bei ihm vorbeischauen und ihn direkt fragen. Er hat's mir nicht gesagt, warum das so ist. Das ist halt so, ich werde die Sachen jetzt anzünden und einfach vernichten. Ähm, meine Sachen lasse ich natürlich. Ähm, so. Erstmal das Schärfeschwert. Ich weiß jetzt nicht, ob das von... Oh, scheiße, ich darf das ja nicht hier anzünden, ich Idiot. Ähm, ich zünde das jetzt einfach mal hier an. Das Schärfeschwert, glaube ich, ist von denen, ja. So, dann gucken wir mal. Die sieben Diamanten muss ich jetzt auch. Ähm, genauso wie die Eisenbahn. Was hatten wir denn noch? Genau, die Diamantspitzhacke, den Stärkebogen. Ähm. So. Ich esse überall Holz. Das geht so nicht. Aber hier regnet es, okay. Zwei, drei, vier, alter Mann. So schnelle Diamanten. Ich muss die einfach entfernen hier, wegen so einer Scheiße. Ich muss sagen, Leute, das nervt mich echt ein bisschen. Ähm, hier die Bücher alle weg. Die verzauberten Bücher lasse ich jetzt einfach. Ähm. Weil dafür habe ich auch meine Level ausgegeben. Also von dem her lasse ich die. Ähm. Was haben wir denn noch? Den Bogen hier. Und sonst, das sind sowieso meine Sachen. Sind sowieso meine Sachen. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir die Sachen jetzt entfernt. Ich weiß nicht, ob ich hier sonst noch irgendwas drin habe von denen. Nee, ich denke nicht. Hier. Die können wir noch verbrennen. So. Zack, 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 zack. Ähm. Und. Eine Holzspitzhacke, die brauchen wir auch nicht. Ja, das nervt ein bisschen. Vielleicht hört man es mir an. Ähm. Weil. Ich weiß nicht. Er meinte nämlich so zu mir. Ähm. Er meinte zu mir, dass es unfair wäre oder irgendwie sowas gegenüber die anderen. Aber ich meine, wenn wir sie jetzt getötet hätten, dann hätten wir zum Beispiel den Loot auch bekommen. Das wäre im Prinzip ja egal gewesen. Und. Ähm. Ja. Aber gut. Leute, ich bin da jetzt nicht irgendwie nachtragend oder so. Ist halt so. Kann man jetzt nichts machen. Ähm. Ich bin da jetzt irgendwie sauer, deshalb. Ich werde jetzt da noch ein paar Bücher verzaubern auf Level 1. Okay, Schärfe, das ist super. Ähm. Und Stärke, okay. Schutz wäre vielleicht gut. Ja, Schutz. Die drei positiven Dinge im Leben. Ähm. Stärke, Schärfe und Schutz. Ähm. Hier können wir uns noch ein... Oh, doch. Wir vermehren jetzt erstmal hier die Kühe. Wir vermehren jetzt erstmal hier die Kühe. Ähm. Wo sind sie denn? Hier drin? Hallo. Hallo. Wieso ist nur eine Kuh hier? Kann mir das bitte mal jemand erklären... Lol. Kann man jetzt alle Kisten öffnen? Ne. Wurde noch nicht rausgemacht. Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen darüber sprechen, ähm. Was nach dem Projekt hier kommt. Denn, ähm. Ich denke nicht, dass das jetzt noch lange dauern wird. Ähm. Aus dem Grund, da einfach nicht mehr viele Spieler leben. Und ich meine Stadt jetzt so ein bisschen, ähm. Bereden werde. Ups, jetzt habe ich das Feld hier kaputt gemacht. Sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Ähm. Und ich mit meiner Stadt jetzt so ein bisschen bereden werde. Dass wir das, dass wir jetzt, ähm, gemeinsam aufnehmen. Und dann aufnehmen, wenn die anderen Spieler quasi auch aufnehmen. Dass mal zu einer Kampfsituation kommt. Und wir vielleicht dann das Projekt somit beenden können. Nicht, dass ich es beenden will. Und mir, ähm, hat Last Team Standing ganz viel Spaß gemacht. Und es wird auch, ähm, bei der letzten Folge dann nochmal so ein kleines Best of Last Team Standing geben. Von mir und von unserer Stadt. Und ich fand es einfach eine coole Zeit. Ähm. Natürlich, es war jetzt nicht ultra lange. Es waren vielleicht zweieinhalb Wochen oder so. Aber, ähm, nicht jedes Projekt muss Monate dauern. Und es kommt immer wieder was danach. Das müsst ihr euch auch immer denken. Es kommt immer wieder was danach. Und, ähm, ich freue mich einfach schon auf die Projekte, die jetzt danach kommen. Nein, der wollte schon ins Wasser laufen hier. Nein, nein, nein. So geht das nicht. So, komm her. Oh. Oh Mann, du Bitch. Okay. Auf jeden Fall müssen, ähm, ist mein Ziel jetzt noch schnell, dass ich ein Pferd suche. Denn, ich, ähm, wollte ja eigentlich in dem Projekt ein Ocelot haben. Aber wenn ich keins finde und hier nirgendwo in der Nähe Urwald ist und ich weiß nicht, wo hier überhaupt die Grenze ist, ähm, würde ich eher sagen, ich suche mir eher ein Pferd. Ähm. Aber, ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen... Oh, ich habe ein Pferd. Cool. Cool. Wir haben ein Pferd gefunden. Das ist schön. Das passt, denke ich, gut zu mir. Passt du gut zu mir? Ich denke schon. Ich denke schon, dass du gut zu mir passt. So, das zählen wir jetzt ein bisschen. Ja. Hui, hui. Oh, scheiße. Moment. So. Ich bin der einsame Ritter aus Mauthausen. Okay. Ähm. Auf jeden Fall. Oh, es gehört mir. Zack, zirap, 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 dam, dam. Ich habe ein Pferd. Hallo, ich habe ein Pferd. Ich werde dich beschießen. Hä? Hä? Ähm. Ja, Leute. Wir haben jetzt ein Pferd. Das finde ich jetzt cool. Ähm. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich renne jetzt einfach mal hier lang. Wenn es falsch ist, dann... Ne, ich gucke lieber auf meine Koordinaten. Das ist mir sonst zu gefährlich hier. Ähm. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen, dass nach dem Projekt auf jeden Fall wieder ein Community-Projekt kommen wird. Also da braucht ihr euch null Sorgen zu machen. Ja, also da kommt zu eine Million Prozent was. Ähm. Okay. Hier sind meine Koordinaten. Also muss ich hier lang. Okay. Ähm. Da kommt zu eine Million Prozent was. Ja, also da braucht ihr euch wirklich null Sorgen machen. Aber was kommt, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich kann schon mal so viel sagen. Es wird vielleicht ein Mod-Pack kommen. Ähm. Weil ich möchte auch ganz gerne mal wieder was mit einem Mod-Pack machen. Ich meine, wie seht ihr das? So ein neues, was vielleicht jetzt bisher noch keiner hatte. Also kein Attack of the Beat, B-Team oder so. Weil wenn es jeder macht, dann wäre es ja auch ein bisschen, ähm, ich sag mal so langweilig. Ähm. Wie würdet ihr das finden, wenn ein Projekt mit Mod-Pack kommen würde? Und ihr könnt mir ja Mod-Pack-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Äh. Abbauen hier noch schnell. Warte. Ah, das geht so. Okay. Gut. Ähm. Ja. Das Projekt hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und, ähm, es werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Folgen kommen. Ähm. Wahrscheinlich die letzten Folgen, die richtig spannend werden mit Kampf. Vielleicht sterbe ja auch ich. Es muss ja nicht sein, dass ich die Leute da besiege. Vielleicht besiegen die ja auch mich. Ähm. Aber es war im Großen und Ganzen eine coole Zeit hier in Last Team Standing. Es waren vielleicht ein paar Sachen, die noch nicht so ganz ausgereift waren. Vielleicht ein paar YouTuber dabei, die eventuell, ähm, nicht sehr vertrauenswürdig waren. Aber das wird sich beim neuen Projekt dann alles ändern. Und, ähm, ja. Wahrscheinlich, wie gesagt, mit dem Modpack, wo, ähm, das ganze Projekt auch länger gehen kann. Aber wo natürlich der PvP-Inhalt nicht fehlen darf. Und das ist mir ganz, ganz wichtig in solchen Projekten. Das hier wirklich, ähm, scheiße. Ich bin in eine ganz falsche Richtung, glaube ich, jetzt gerade gelaufen. Ähm. Ja, ich bin so ein Idiot. Ähm. Oder, nee, doch nicht. Ich weiß nicht, bin ich jetzt ein Idiot oder nicht. Aber ich glaube, wir sind gleich da. Ähm. Ich glaube, wir sind gleich da. Turm. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich fand Last Team Standing super. Ähm, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt so fandet. Oder ob ihr noch bei jemand anderem geguckt habt. Außer mir. Also, dass ihr das Projekt wirklich so ein bisschen verfolgt habt bei den anderen. Ähm, ich muss sagen, ich gucke schon. Von meiner Stadt auf jeden Fall die Leute. Ähm. Auch aus Stadtblau habe ich, ähm, geguckt. Und natürlich auch aus Stadtgrün. Ähm. Also, das waren eh im Prinzip alle Städte. Stadtgelb ist ja nicht mehr dabei. Ähm. Okay, so. Wir sind normalerweise 100... Minus 100... Nein, nicht hier runter. Och. Wir reiten hier durch Nacht und Wind. Geschwind. Okay. Ähm, ja. Also mir hat das Projekt gefallen. Es waren coole Leute dabei, wie ich finde. Ähm. Die Idee war echt nicht schlecht. Also es war ein echt, es war echt eine richtig coole Idee. Es wurde vielleicht nicht zu 100% genauso umgesetzt, wie es eigentlich sein hätte, also beziehungsweise hätte sein sollen. Aber, wie gesagt, das war unser erstes Projekt. Und da kann ich jetzt nicht viel Negatives dazu sagen. So. So, jetzt muss ich da auf Plus kommen. Wie komme ich denn da auf Plus? Nee, so nicht. Ähm. Ähm. So. Ja, so. Auf jeden Fall muss ich hier in die Richtung. Und, ja. Dann geht's los. Dum, 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 dum. Oh. Also mit dem Pferd ist man wirklich sehr, sehr schnell unterwegs. Das ist ein richtig cooles Transportmittel, muss ich sagen. Und, ja. Also ich freue mich aufs neue Projekt, wie das neue Projekt heißen wird und so weiter. Wird erst geleakt. Wahrscheinlich wird dieses Mal auch ein Trailer kommen, damit ihr euch so ein bisschen mehr drauf freuen könnt. Bei mir kam es ja auf einmal so plötzlich. Wo haben wahrscheinlich nicht sehr viele Leute auf einmal damit gerechnet, dass auf einmal jetzt schon das neue Projekt kommt. Ähm. Obwohl ich es 20 Millionen Mal angekündigt habe, dass es jetzt bald kommen wird und es nie gekommen ist. Ähm. Auf jeden Fall wollte ich einfach euch nur Danke sagen für die Zeit hier im Projekt. Danke auch an die Leute, die das Projekt hier veranstaltet haben. Aber ich freue mich genauso aufs neue Projekt und ich hoffe, dass das auch wieder richtig cool wird. Ich hänge jetzt auch hier noch fest. Okay, so. Ähm. Und ich hoffe, dass das neue Projekt genauso cool wird. Vielleicht noch ein Stückchen cooler. Ähm. Kann man ja immer bei jedem Projekt versuchen, ein bisschen zu übertrumpfen, sage ich jetzt mal. Ähm. Wo gehe ich denn hin? Ich muss, ich muss hier lang. Hier lang muss ich. Dumm, 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 dumm. Oh mein Gott. Ich muss noch so weit laufen. Ich muss noch so weit laufen. Nicht so. Alter Scheiß. Scheiße. Lass mein Pferd in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Geh hier raus. Geh hier raus. Geh weg. Ähm. Wie bekomme ich jetzt da mein Pferd wieder hoch? Kann mir das... Ah, da ist ein Skelett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist jetzt gerade so ein bisschen vor, als würden wir fest sitzen hier. Ähm. So. Mal gucken. Ob wir da noch hochkommen. Ich weiß nämlich nicht. Kommen wir da noch hoch, oder kommen wir da nicht mehr hoch? Okay, Leute. Muss ich jetzt anfangen, hier eine Treppe zu bauen. Ach, so ein Mist auch. Das ist jetzt richtig scheiße, finde ich. Ja, tut mir leid, Pferd. Es tut mir echt leid. Tut mir leid, Leute, dass ich euch das jetzt antun muss hier. Ach du meine Kacke. Also nächstes Mal soll ich echt besser aufpassen, wo ich da hinlaufe. Oder ich weiß ja nicht. Geht das? Wenn ich so mache? Warte, wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Komm her. Komm mal. Ich setz mich auf dich hier drauf. Kann ich da einen Block platzieren? Ah, das geht. Okay. Yeah. Hä? Hä? Wie scheiße ist das denn? Moment. Moment mal. Jetzt haben wir uns schon einen Block hoch gebaut. Weiter geht's nicht, oder was? Ich glaube, das funktioniert so nicht. Und was? Ah, da hinten ist eine Wasserquelle. Vielleicht, wenn wir immer eine Wasserquelle platzieren. Okay, 15 Minuten sind jetzt zu Ende. Sehr, sehr schade. Ähm. Ich guck mal, ob ich... Aua! Nein. Das hier ist jetzt gerade ein Stück zu gefährlich. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Ich muss hier was essen. Ah, war schnell. So. Wie komm ich da jetzt wieder hoch? Ich muss mich hier wohl... Ich möchte mich jetzt nicht von meinem Pferd drinnen, ne? Ich möchte jetzt einfach nicht. Aber... Hätte ich so eine Leine, dann könnte ich es hochziehen. Aber ich habe keine Leine. Das ist scheiße jetzt. Ne, ich baue da jetzt einfach so eine Treppe hoch. Egal, Leute. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge hier. Ähm. In der nächsten Folge bauen wir eben da eine Treppe hoch. Damit wir unser einsames Pferd hier hoch bekommen. Ähm. Wie gesagt, freut euch aufs neue Projekt. Mit wem das sein wird und alles. Das wird noch besprochen. Und ich würde sagen, Leute. Haut rein. Bleibt dran. Und viel Spaß. Ah ja. Wir haben jetzt ja die 15 Likes beim Longboard Video geknackt. Das bedeutet, ähm, dass jetzt auch ein Longboard Vlog kommt. Ein ganz großer. Wo ich dann erkläre, ähm, wie ich es finde mit dem zu fahren. Wo ich es genau gekauft habe. Wie viel das gekostet hat. Die einzelnen Sachen, die ähm, die das Longboard so beinhaltet. Sag ich mal. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein. Und bis gleich. Und ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ciao. Ciao. Ciao.